Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. Morgen heißt es ja wieder Spieltag für unsere Mannschaft. Es geht auswärts gegen Eintracht Braunschweig und heute sprechen wir nochmal über alle anderen News, die es so rund um das Spiel so gibt. Nämlich auch außerhalb des aktuellen Profi-Teams rund um Norbert Elgert, denn der hat sich nun mal ausführlich dazu geäußert, wie er seine Zukunft auf Schalke sieht. Ansonsten reden wir nochmal über mögliche Transfers in der Defensive und auch auf den Flügeln und wie dort Thomas Reis die Lage einschätzt und blicken auch nochmal auf Keke Top, ob er möglicherweise nun im Profi-Team eine Chance bekommen kann. All das und mehr haben wir hier und heute bei den aktuellen S04 News. Legen wir erstmal los mit der Personalie Norbert Elgert. Ich denke mal mit ihm haben wir auf der Position des U19-Trainers jemanden, den sich viele andere Vereine wünschen würden, der in der Vergangenheit schon gezeigt hat, wie toll und stark er auch junge Spieler ausbilden kann und der natürlich auch für unsere Knappenschmiede ein wichtiger Faktor ist. Und trotzdem ist es natürlich so, dass Norbert Elgert auch in einem Alter ist, wo man logischerweise auch mal darüber nachdenkt, wie lange macht man das noch und wie sieht der genaue Plan aus. Und da hat Norbert Elgert mal gegenüber von Sky seine Herangehensweise erklärt. Ich hatte für mich selbst so den Plan, noch ein Jahr die U19 zu trainieren. Dann sind aber einige Spieler von denen, die im nächsten Jahr noch bei mir sind, auf mich zugekommen und haben gesagt, sie würden dann nur bleiben, wenn ich noch da wäre oder auch einige Neuzugänge. Da muss ich auch sagen, dass der Verein, der ist auch auf mich zugekommen, vor allem in Person von Matthias Schober. Also Spieler und Matthias haben gesagt, wir brauchen dich noch ein bisschen länger. Denn auch bedingt durch den Abgang von Ono Cine, für dessen Weg ja eigentlich auch bei der Trainerlaufbahn die U19 eigentlich genau richtig gewesen wäre, gab es ja eben auch dann keinen Platz, denn Schalke hat für sich selber auch entschieden, man will und möchte ganz klar mit Norbert Elgert noch die nächsten Jahre vorangehen. Und Norbert Elgert hat eben auch nochmal ganz interessant erklärt, warum er sich denn eben dann noch dazu entschieden hat, bei Schalke zu bleiben oder besser gesagt eben noch länger bleiben zu wollen. Dann kann ich ja jetzt nicht Spieler holen, von Schalke nur viel begeistern, von unserer Idee begeistern, von mir selber vielleicht auch ein bisschen begeistern. Dann kommen die und ich bin weg. Das würde so ein bisschen auch gegen gewisse Grundwerte, die wir ja auch vermitteln, vor allem gegen den Grundwert Integrität verstoßen. Integrität heißt für mich zum Beispiel das Richtige zu tun, egal wer dir dabei zuschaut. Auch wenn dir dabei keiner zuschaut, das würde dagegen ein bisschen verstoßen. Aber irgendwann werden wir den Tournament, glaube ich, schon hinkriegen. Und damit, ja, merkt man sicherlich auch wieder ganz klar, Norbert Elgert ist auch einfach ein Jugendcoach, der unheimliche Werte vermittelt, die ihm unfassbar wichtig sind. Trotzdem ist für ihn auch klar, dass seine Zeit als U19-Trainer auf Schalke nicht mehr allzu lange geht. Also ich würde sagen, die nächsten zwei Jahre auf jeden Fall, und auch danach habe ich nicht vor aufzuhören, würde dann sehr gerne auch bei Schalke weitermachen im Bereich Coaching, Mentoring, Unterstützung, auch der Profi-Trainer, auch des Vorstandes. Solche Dinge kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube, dass wir uns gegenseitig dann schon etwas zu geben hätten. Und damit ist eben auch klar, für Norbert Elgert ist es auf jeden Fall logisch, die nächsten zwei Jahre eben noch U19-Trainer sein zu wollen. Aber danach ist es eben auch sehr, sehr gut möglich, dass er dann in einen anderen Bereich wechselt. Aber trotzdem sieht er seine Zukunft auch dann weiterhin auf Schalke. Eine Zukunft auf Schalke sieht Keke Top hoffentlich auch für sich, denn bei ihm ist natürlich klar, wir haben ein großes Sturmtalent bei uns in der Jugend, welches sich aber natürlich auch noch ein bisschen entwickeln muss. Und für viele war ja schon vor der Saison klar, Keke Top als dritter Stürmer, ja, das passt auf jeden Fall und trotzdem muss man ihm natürlich dann nochmal im Profi-Team Chancen geben. Aktuell war das er bislang noch nicht gegeben, er war bislang noch nicht im Kader und das hat natürlich auch durchaus seine Gründe, weil einfach Terodde und Polter vor ihm stehen. Gleis aber auch im internen Testspiel U23 gegen erste Mannschaft hat er ja für unsere zweite Mannschaft gespielt und wirklich eine starke Leistung gezeigt mit seinen drei Toren. Und danach hat Thomas Reis mal so ein bisschen erklärt, wie man jetzt mit ihm umgeht und ob er vielleicht auch mal eine Chance bekommen kann. Keke macht das sehr gut. Es ist nur immer die Frage, was ist für den Jungen am besten? Ihm tut das Training bei uns gut, die Spielprax in der U23. Nimmt man ihn mit? Belohnt man ihn? Ich habe zwei zentrale Stürmer. Seine Zeit wird definitiv kommen. Ich bin froh, dass er relativ gut bei uns angekommen ist. Das macht Reis auf jeden Fall nochmal deutlich, dass es natürlich mal eine Überlegung ist, auch Keke Top mit in den Profikader zu nehmen. Die Frage ist aber halt dann am Ende, was bringt ihm am meisten? Denn wenn er natürlich bei uns mit dem Profikader dabei ist, kann er eben parallel keine Spielpraxis bei der U23 sammeln und wird bei uns mit ein bisschen Glück vielleicht ein paar Minuten mal als Joker bekommen. Deswegen kann ich es auch schon verstehen, dass Thomas Reis da ganz klar auch überlegt, was eben das Beste aktuell für Keke Top ist. Und ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Der Junge muss spielen. Er braucht regelmäßige Spielpraxis. Das hilft am meisten. Klar wäre es aber wiederum auch schön, ihn mal in der ersten Mannschaft zu sehen. Aber aktuell mit Polter und Terodde vor sich wird das eben auch durchaus schwierig. Ich denke, Keke Top muss sich auf jeden Fall noch ein bisschen gedulden. Klar könnte es jetzt sein, dass er morgen für mich auf jeden Fall dann überraschend im Kader steht, weil er eben in dem internen Testspiel wirklich eine gute Leistung gezeigt hat. Wirklich dran glauben tue ich aber nicht. Also ich glaube, Keke Top muss sich auf jeden Fall noch weiter, ja, wenn man das so sagen möchte, hinten anstellen. Aber Keke Top wurde ja auch in der Vorbereitung häufiger mal auf dem rechten Flügel ausprobiert. Eine Position, die jetzt nicht zwingend zu seinen Fähigkeiten gepasst hat. Und trotzdem ist das natürlich eine Position, über die wir auf Schalke seit dem Abgang von Marius Bülter schon sehr stark diskutieren. Dominik Drexler hat ja dort zuletzt gegen Eintracht Braunschweig gespielt. Für viele war das nicht überzeugend. Auch ich finde Drexler deutlich wertvoller im Zentralmittelfeld. Aber Reiß hat ja auch erklärt, welche Idee man einfach damit hatte. Denn man hatte ja eigentlich erwartet, dass sich Braunschweig etwas zurückzieht, nicht ganz so hoch anläuft, wodurch man eben dann eher spielerische Elemente braucht. Spieler braucht hier auf engstem Raum Lösungen finden. Und deswegen hat er eben Drexler auf dem rechten Flügel aufgeboten. Und trotzdem natürlich auch nochmal eingestanden, dass das jetzt nicht überragend gut funktioniert hat. Einer, der auf jeden Fall nah dran ist an der ersten Elf, ist Brian Lassem. Und dazu hat sich Reiß auch nochmal geäußert. Ich weiß, Dominik ist ein anderer Spielertyp. Brian macht das im Moment sehr gut. Er war bei allem Negativen im Testspiel ein positiver Aspekt. Brian hat gezeigt, dass er in einer guten Verfassung ist und die Spiele annimmt, als Einwechselspieler für Furore sorgt. Er drängt in die Startformation. Und auch das war nochmal durchaus interessant. Thomas Reiß hat klar gemacht, dass er auf jeden Fall auch zufrieden ist mit der Konstellation auf den Flügeln. Oder anders gesagt, er fühlt sich auf jeden Fall wohl mit der Auswahl, die er dort eben hat. Ich denke mal, das kommt für den einen oder anderen auch durchaus überraschend, dass er sich eben da dort wirklich gut aufgestellt sieht. Denn es gab und gibt ja immer mal wieder Gerüchte um beispielsweise Tim Skacke, dass man eben vielleicht dann doch noch auf den Flügeln ein bisschen was machen wird. Aber für Thomas Reiß haben wir eben dort sehr viel und auch sehr gutes Personal. Er sieht uns in der Offensive auf jeden Fall gut aufgestellt. Und deswegen könnte man auf jeden Fall mal Stand jetzt davon ausgehen, dass da auch nicht zwingend noch etwas passiert. Auf der anderen Seite ist natürlich auch klar, sollte sich zum Ende des Transferfans noch einmal eine Option ergeben, offensiv nachzulegen, dann würde ich das auch nicht mal zwingend ausschließen. Denn aktuell haben wir Kenan Karaman als Stammspieler für die linke Seite. Auf rechts macht es eben Brian Lassme durchaus gut. Und dahinter Kozuki Mohr sind schon ganz klar hinten dran. Kabadahi muss man halt mal gucken, wie er sich so entwickelt. Und Dominic Drexler, ja gut, kann halt auch auf den Flügeln spielen, gehört aber eher ins Zentrum. Also Quantität, die ist natürlich auf jeden Fall da. Ich glaube, wir sind uns aber auch alle einig, dass dort vielleicht ein weiterer Topmann für den Flügel gar nicht mal so verkehrt wäre. Trotzdem gibt es bei uns im Kader noch eine deutlich größere Baustelle. Und das ist die Verteidigung. Thomas Reis hat auch dazu noch mal ganz klar seine Wünsche geäußert und auch noch mal erklärt, dass auf Schalke auf jeden Fall auch der klare Plan ist, defensiv noch mal nachzulegen. Auch Peter Knebel hat das ja schon vor einigen Tagen bestätigt. Und auch hier merken wir Fans natürlich auf jeden Fall noch mal, ja, die Suche läuft. Es werden auf jeden Fall noch neue Abwehrspieler kommen. Vielleicht einer, vielleicht auch zwei, vielleicht sogar auch drei. Aber es wird auf jeden Fall in der Defensive noch was passieren. Das hat Thomas Reis auch noch mal bestätigt. Wir schauen uns auf den Defensivpositionen weiter um. Wenn die Möglichkeit besteht, wehre ich mich nicht dagegen, etwas zu realisieren. Noch ist Zeit bis zum Ende der Transferperiode. Einen Schnellschuss wird es aber nicht geben, sondern nur was mit voller Überzeugung. Und damit sollten wir eben auch nicht davon ausgehen, dass vielleicht heute oder morgen vor dem Raunschweig-Spiel noch irgendwie ein Neuzugang präsentiert wird. Das wird wohl auf jeden Fall noch ein bisschen dauern, denn auch hier gilt, wir haben ja jetzt erstmal in der Abwehr ein paar Optionen, die so jetzt erstmal für morgen und für nächste Woche gegen Kiel ausreichend sind, wenn denn nahezu jeder fit ist. Ist klar, Brunner könnte jetzt morgen fehlen, aber wir kriegen ja eine halbwegs gute Viererkette erstmal zusammen. Und deswegen wird es eben dort keinen Schnellschuss geben, sondern es wird dann ein neuer Abwehrspieler geholt innerhalb der nächsten zwei Wochen, wenn man wirklich von ihm überzeugt ist. Und ich glaube, das wird auch auf jeden Fall bis zum 1. September noch passieren. Am Ende im besten Falle wohlmöglich auch nochmal zwei neue Spieler, denn wir sind einfach in der Abwehr deutlich zu dünn aufgestellt. Und somit sind das die aktuellen S04 News des Tages. Schreibt eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf, Anale Schalker.